Hallo ihr Lieben, mein Name ist Tamara und ich wohne in Österreich im Bezirk Neunkirchen und bin 43 Jahre alt. Ich habe die MedBad schon seit einiger Zeit im Fokus und habe schon in riesiger Freude sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie auch endlich offiziell verfügbar sind. Ich weiß schon seit längerem, dass es sie gibt. Das ist mein allererstes Video, das ich hier mache, da Technik nicht unbedingt zu meinen Stärken zählt. Umso besser und einfacher ist die Anwendung eines MedBads, da dieser ganze neue moderne Schnickschnack wegfällt. Ich bin diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und habe unter anderem auch dadurch schon seit mehreren Jahren Erfahrungen mit Affirmationen und deren Manifestierung. Vor Beginn habe ich mir alle Videos von Oliver und die dazugehörigen Texte gründlich angesehen und durchgelesen. Dazu habe ich mir einen Notizblock und einen Stift zur Hand genommen und fleißig für mich mitgeschrieben. Auch die richtigen Affirmationen zu meinen gesundheitlichen Disharmonien habe ich gleich fleißig aufgeschrieben. Dazu muss ich sagen, meine Beschwerden wurden 2016 so richtig heftig und ich habe in den vergangenen Jahren natürlich bereits einiges an Behandlungen und Methoden gemacht und ausprobiert. 2018 entdeckte ich zufällig, dass meine Beschwerden nur von Phosphaten E452 stammen können und in unserem damaligen Keller ins Leitungswasser als Wohrschutz zugeführt wurden. Somit wurde ich über 30 Jahre, mal mehr oder weniger, mit Chemie vergiftet. Im Juli 2018 durfte ich das Schrägschlafen entdecken. Dabei wird das gesamte Bett am Kopfhände um 15 Zentimeter erhöht. So schlafe ich seit fast vier Jahren. Mit dieser Methode konnte ich endlich wieder länger als vier Stunden, also normal, durchschlafen. Die Vergiftungserscheinungen stellten sich mehr und mehr ein. Nun durfte ich endlich das MedBet für acht Stunden testen. Das war ungefähr vor vier Tagen, fünf Tagen. Es war schon fast vier Uhr morgens, also als ich vor fünf Tagen in mein Bett kam. Ich aktivierte das MedBet, ließ es mich scannen und nannte alle zuvor aufgeschriebenen Affirmationen. Ich konnte die Schutzhülle um mich herum so richtig spüren. Es war sofort wohlig warm und ich fühlte mich geborgen, beschützt, gut aufgehoben und in Sicherheit. 2016 kam ich plötzlich, sehr wahrscheinlich durch die Vergiftung, von einem Tag auf den anderen in die Wechseljahre. Meine Periode blieb aus. Verschiedenste Ärzte wollten mir erklären, ich hätte meine Eizellenreserve aufgebraucht. Meine Schweißausbrüche traten mit darauffolgenden Harndrang auf. Durch das MedBet hatte ich keine Schweißausbrüche und konnte acht Stunden im Bett liegen bleiben, ohne aufs WC zu müssen. Ich erwachte nur zweimal, aber sanft und friedlich. Ansonsten war das eher so ein Aufschrecken. Ich konnte mich an keine Träume erinnern. Meine Schmerzen im Lendenwirbelsäulen, Bereich sind weg und in meinem rechten Knie mit gerissenem vorderen Kreuzband, verspürte ich Heilung. Beim Wachen war mir schwindelig und ich fühlte mich sehr schlapp. Mein rechtes Sprunggelenk ist ebenso schmerzfrei und es knackst nicht mehr. Ein paar Tage vor dem Test verspürte ich plötzlich starke Schmerzen in meinem rechten Handgelenk und in der Mittelhandknochen. Am nächsten Tag, also nach der MedBet Session, entdeckte ich einen blauen Fleck auf der rechten Schulter und erinnerte mich plötzlich wieder daran, dass ich mir die Schulter angeschlagen hatte. Mein Durchfall hat sich seit dem Test auch reduziert. Bei mir wurde vor längerer Zeit ein Leaky Gut festgestellt. Ich sehe wieder frischer und vitaler aus. Krankheiten entstehen nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, genauso wie Genesung ein Prozess ist. Ich möchte wieder einen normalen Hormonstatus mit ausreichenden Eizellen sowie einen normalen Menstruationszyklus haben. Ich habe mir irgendwo gelesen, dass man mit dem MedBet sogar Gliedmaßen wie zum Beispiel einen abgetrennten Finger oder auch Zähne wieder nachwachsen lassen kann. Um meine Hormone messen zu können, ob sich etwas verändert hat, müsste ich zum Arzt gehen, um eine Blutabnahme machen zu lassen. Durch die aktuellen Zeitgeschehenisse auf der ganzen Welt vermeide ich Arztbesuche. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung mit dem MedBet und ich möchte bei der Forschung teilnehmen. Ebenso möchte ich meine Mutter und meinem Großvater das Ganze näher bringen und auch anderen möchte ich gerne von den MedBets wissen und ihnen ihre Erfahrung machen lassen. Da ich auch Bio-Energy-Therapie von Herrn Stenko-Domancic anwenden kann, bin ich der Meinung, dass Gesundheit jeden Menschen mit jedem und jedem Tier gratis zur Verfügung stehen soll. Denn Gesundheit ist ein Geburtsrecht. Ich spüre, dass ich in den letzten Tagen, also seit dem MedBet, ich spüre, dass ich das MedBet die letzten Tage, also seit dem 8-Stunden-Test, auch weiterhin benutzen kann. Es funktioniert bei mir, auch wenn ich im Moment noch nicht an der Forschung teilnehme. Es war mir ein Anliegen, auch das auszuprobieren. Ein Fragebogen auszufüllen, wäre mir lieber, als ein Video zu drehen. Also vielen lieben Dank an das ganze MedBet-Team und an Oliver von ganzem Herzen. Danke! Ciao!